Ukraine holt neun minderjährige Rückkehrer aus Russland zurück Die neun Minderjährigen, die nun aus Russland zurückgeholt wurden, waren während des Krieges in der Ukraine verschleppt worden und befanden sich seitdem in russischer Obhut. Durch die Hilfe Katars konnten sie nun endlich in ihre Heimat zurückkehren. Die Verschleppung von Kindern aus Kriegsgebieten ist eine grausame Praxis, die die Identität und Zukunft der betroffenen Kinder stark beeinträchtigt. Russland wird vorgeworfen, durch die Verschleppung die Identität der Kinder zu zerstören und sie zu Instrumenten des Krieges zu machen. Es ist zu hoffen, dass weitere Bemühungen unternommen werden, um alle Kinder, die in Kriegsgebieten verschleppt wurden, zurückzuführen und ihre Reintegration in die Gesellschaft zu unterstützen. Die Rückkehr der neun Kinder und Jugendlichen aus Russland ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und zeigt, dass internationale Zusammenarbeit dazu beitragen kann, das Leid unschuldiger Opfer von Kriegen zu lindern. Ausatmen Ausatmen Ausatmen